Heute wollen wir euch erzählen, wie es ist, dass Schülerleben hört gut zu und versucht uns zu verstehen. Viele sagen, heutzutage ist es mit uns eine Plage, doch wir sind eure Kinder, drum hör zu. Schüler seien in unserer Zeit, ist nicht immer kinderleid, wir brauchen euch, drum helft uns doch. Schüler seien, ist nicht immer leid. Ach man, mein allererster Schultag und ich bin schon wieder zu spät. Und niemand ist hier, was mach ich denn jetzt? Hallo ihr beiden, willkommen an der KAS. Seid ihr hier ganz alleine? An der KAS. Kann ich euch irgendwie helfen? Komm ich für euch durch unsere Schule? Schule Ist cool, denn hier treffe ich meine Freunde. Schule Wir sind ein starkes Team zusammen und ist das hier für uns ein Kinderspiel. Schule Wir sind gut drauf, dass wir wussten, weil wir weiterkommen, ist doch klar. Ich zeig es euch an der KAS. Wow Sarah, du hast ne Wahnsinnsstimme. Aber sag mal, was macht ihr hier eigentlich? Na ja, wir haben ein Schulfest, ein Festgemäßen Popsteiaus und einen ökumenischen Gottesdienst in diesem Jahr. Sag mal Sarah, glaubst du, dass ich mitmachen kann mit singen und so? Klar. Kommt doch mit zu Herr Müller. Die Lehrer sind hier eigentlich voll in Ordnung. Sing doch gleich mit. Klar. Warum nicht? Ja, ich find's cool. Ich find's cool. Ich kenne mich. Schule wachs am Schallzahn. Wer will für den Männer gut? Schule wachs mit größer. Ich bin hier ganz neig. Schule wachs auf Freude. Komm ich gleich sei an der KAS. Vielen Dank. Vielen Dank.